Hallo! Im Übrigen ist die Partysaison, ja da ist es! Juppie! Helmut, fangen wir gleich ein! Was hast du ja? Die Partysaison, und jetzt kommt der eingehebelte Lupfer, die Erde an, ne? Helmut, oder? Du bist nur der Wunsch, oder? Also, wenn jemand ne Brille findet, das ist meine. Vielleicht liegt die Finger vor! Ja, es kann sein, dass irgendwo was denkt. Luka! Kommi! 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 Na wie, und jetzt, den ersten Gang, den Schleifpunkt suchen, was Blinker, Bremse ist, leicht etwas das Gas anlopfen, nach links kommen, und das ist genau! Und jetzt haben wir den, genau! Ja, der sieht sehr richtig aus! Und? An mit dem Wasser, oder wird er es nur sauber gemacht? Ja! Ja! Kürzel! Und? Wasser kann sein zu dritten Abitänieren! Ja! Juppie! Ja, der sieht sehr schön aus, aber ihr hättet euch beinahe eben mit was hier gesehen. Ja, der braucht noch eine Rückenmassage, denn in den Fachkreis nennt man das die Kreuzstöche. Ja, der ist ja ganz cool, der ist ja ganz cool, der ist ja ganz cool. Ja, der ist ja ganz cool. Wär oder ne Wer? Wär oder ne Wer? Wär oder Ne Wer? Ja. Und schwer! Geh mal hoch! Ich hab da jetzt mit der eigene Hübsch! 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 Und jetzt kommt der Gerstater, oder? Licht herum! Hübsch! 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 H reluctant her, boys! memories Hessen